Mein Herz schlägt gerade sehr erwartungsvoll, wenn ich mich jetzt durch das Geländenspiel vorbereite. Ich setze mich ein für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Darum engagiere ich mich als Ranger-Jungscharleiterin. Der Konzernverantwortungsinitiative stimme ich zu, weil ich es unfair finde, dass wegen Schweizer Unternehmen Kinder in Goldminen arbeiten müssen, nur damit wir mehr Profit machen. Wenn es in Informationen gegeben, dann feststeh die mit der Bio- und Jugendlichen und Jugendlichen zusammenbeden. Vielen Dank.